Liebe Geschwistern und Brüder, mit den Heiligen, die wir in diesen Tagen begehen und den Segnungen, die wir an ihren Tagen vornehmen dürfen, ist es ähnlich wie mit dem Saum des Gewandes Jesu. Wir versuchen irgendwie noch das Licht, das in die Dunkelheit dieser Welt gekommen ist, von Weihnachten her, wir versuchen es noch zu fassen, in dem Segen der gekreuzten, brennenden Kerzen und dem Segen der Agatha, mit dem wir das Brot segnen, das der Gefahr des Feuers wehrt. Dahinter steht das Lebenszeugnis einer Frau, die wir am Beginn als standhafte Frau gesucht haben und sollten noch gewärtigen, dass sie eine 15-Jährige war. Agatha war 15 Jahre alt, als der Stadthalter von Catania, sie wollte. Nicht nur, weil sie aus einer reichen Familie stammt, das war ein angenehmer, wäre ein angenehmer Nebeneffekt gewesen. Sie war schön, bildschön. Aber sie ist Christin. In der Verfolgungswelle unter Dezius 250 nach Christus wird sie entsprechend bedrängt und drangsaliert. Aber sie bleibt standhaft. Man mag sich fragen, wo eine 15-Jährige, damals, wo das Christentum nicht verbreitet war, eine solche Standhaftigkeit hernimmt. All diesen Angeboten und Avancen zu widerstehen. Aber sie tut es. Selbst als sie einen Monat lang von einer entsprechenden Dame bearbeitet ist, die ihr in den tollsten Farben ausmalt, was dann für ein Leben auf sie war. Als sie sich mehrmals verweigert, greift der Stadthalter zu anderen mit. Er entstellt ihren Leib und er wirft diesen jungfräulichen, jugendlichen Leib, grauenvollen Qualen, bis dahin, dass man ihr die Brüste abschneidet. Diese Bestialität findet bis auf den heutigen Tag eine Fortsetzung, wenn wir auf unsere verfolgten Schwestern und Brüder schauen. Sie wird erneut gefolgt, bis ein Erdbeben die Stadt vom nahen Entner her erschüttert. Und die Menschen im Palast des Stadthalters stürmen und sagen, hör sofort auf damit, sonst stecken wir deinen Palast in Brand. Sie erliebt ihren Qual im Gefängnis, wird festlich in dieser Stadt begraben, die sie bis auf den heutigen Tag ehrt. Als ein Jahr später der Ätna ausbricht, nimmt man den Schleier von ihrem Grab, mit dem man die Grabplatte bedeckt hat, und läuft der drohenden Lavaflut entgegen und stoppt sie, sodass die Stadt verschoben wird. Wieder so eine feuerheilige, ganz nahe am Weihnachtsfestkreis, mit ihrer ganz eigenen Botschaft der Treue des Feuers, das durch Christus in diese Welt gekommen ist, das Kraft gibt und standhaft macht. Wenn wir in ihrem Namen das Brot heute segnen, es mit in unsere Häuser leben und es aufbewahren, dann ist uns dies ein Zeichen, dass wir selber wie Brote sein müssen, im Feuer gebacken, als Sauerteig, als Brot für diese Welt. Kein laues Brot, kein Allerweltsbrot, sondern das Brot Christi, der sich selber jeden Tag neu zum Brot gibt, damit wir leben.